Das ist dein Zimmer? Hunter. Süßer. Was glaubst du, wer das ist? Das ist Katie? Ich dachte, das wäre weg, eigenartig. Das ganze Haus ist verwüstet. Christy denkt, es war ein Geist. Ich weiß, ihr habt Angst, aber ich werde euch beschützen. Was sagen Sie zu der ganzen Geistergeschichte? Ich finde es super. Ich glaube, ich kann das. In der Nacht ist mir echt was total Abgefahrenes passiert. Es ist die Tür, gleich schließt sie sich von selbst. Oh Gott! Hunter! Ellie! Lass mich in Ruhe! Paranormal Activity 2. Ab 4. November im Kino.